Ich bin in einem Jugendcamp in Australien. Wir wollen gemeinsam den Klimawandel stoppen und für eine bessere Welt kämpfen. Das ist so aufregend und ihr glaubt gar nicht, was für tolle Aktionen wir hier machen. Wir wurden entführt. Sie drohen damit uns umzubringen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Dabei wollen wir doch auch mal eine bessere Welt. Das ist doch verrückt. Müssen wir jetzt sterben, damit die Politik endlich tätig wird?